dann noch dieser hier in ihrer betriebe stellt keine waren mehr her wird alles grün dann papiermühle 5 ton papier und indigo wir können das gar nicht machen papiermühle eine produktion kommt zum erliegen kriegsschiffe ja müssen wir bauen damit die die rechte zu bekommen bla 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 so man und dann einen wir können ich danke es ist steht Bb über die Beobachtung auf die Beobachtung lässt erhöht die Produktivität um 25 Prozent können wir das das Kastele können wir sie mitrufen ja Papiermühle wir brauchen zuerst den diplomatischen Rang Dummkopf mindestens drei Kriegsschiffen so jetzt haben wir drei kämpft mit mir für die gerechte Sache oder ja nieder mit dem Feind aber wir können doch nicht noch immer nicht mein Freund Ibn al-Hakim lässt fragen wie es um die Beschaffung nein geht nicht gut aber er muss natürlich okay drücken wie können wir denn das machen hier wie wollen wir das ansehen wahrscheinlich noch wenn wir Ballerienhäuser bauen oder wie hat sie eine Werkbank oder so auf dem ganzen Ding hier verteilt wie denn sonst will das hier weiter wachsen nicht nichts hier lebe hat das Wort Heimat eine neue Bedeutung für mich so die wollen die Moschee kriegen sie aber noch nicht denn irgendwie wie wenn ihr es wisst kommt Leute ihr wisst das sicher die zuschauen die regelmäßigen sie greifen wieder an boah das schafft ihr schon eines ihrer Schiffe wurde versenkt Allah sei gepriesen ach 5 Tonnen Papier und 5 Tonnen Indio mit Holz und Papier und wir richten wir die Papiermühle äh äh Holz und produziert ach so jetzt ist mir klar auf ein Flussbett hier auf der Insel haben wir das nicht aber hier uns fehlt die Steine und den ganz anderen Kram Quatsch einfach mal ach hier gefunden abgeladen mitgenommen zack und rüber gesegelt obwohl Holz haben wir jetzt mehr als genug eine Produktion kommt zum Erliegen dieses Schiff dient dem Willen des Herrn ach wurde versenkt ja nieder mit dem Feind zieht eure Schiffe nicht ab ohne sie ist die Akademie den Feinden schutzlos ausgeliefert so alles abliefern und nach unten gehen so nieder gemetzelt dann bringen wir das hier zu dem Herrn ihr bringt ein Zeichen eurer fortwährenden Bemühungen so jetzt haben wir was ich habe doch abgeliefert ach scheiße auf gut deutsch gesagt alles liegen gehen lassen hier ja ja das bin ich noch für ein eine weise Entscheidung die Papiermühle hier zu errichten es hat Zeit ich habe eure neue Papiermühle bemerkt einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her 10 Tonnen Bücher das braucht Glas war ja ihr warf produziert Pottasche das ist hier noch rein zu quetschen nö 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 ich will das noch nicht verarbeiten ohh 57% ist wenig kann doch nicht mal irgendwie ein 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 Ding mehr bauen ist alles verdammt wenig drei solcher dinger hier noch oder dann mal wieder rüber wir haben jetzt 80 80 alles auf 80 es sieht ziemlich gut aus ja mit der nahrung geht so knapp ich werde eine messe lesen lassen euch zu ehren sagt 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 alles abgeschäft was sie so können das schiff kommt das schiff kommt nein und die nora wird geschmissen das ist nicht das maß aller dinge hier war scherob man sich gebaut können wir bis dahin noch rennen zaubern und losgerissen ja jetzt hier ja können wir so hinschmeißen weg meine maus hallo maus meine maus verlässt mich doch nicht und wir haben jetzt normalen 700 cool dann was wir bauen indio indio wieso geht das da nicht ist das der werk oder ja komm in die haben wir steht das bedürfnis nach besitz die saad ist ausgebracht gelobt sei allah für was aber nun denn nicht an die nora kack das ist ein riesen ist das wir bauen was sie die herstellung von papier ist in vollem Gange und Indigo steht auch bald bereit großartig Indigo wird bald auf dem Markt kommen bei mir fünf von fünf ist sie gut am zaubern das war alles abgeliefert können auch gleich mitnehmen aber papier maximal wir können ja gleich eine bücher macherei ok noch nicht wir brauchen zuerst glas potasche haben wir und quats 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 ach es ist hier unten quatsbuch danach geht wohl glas auch noch nicht demnach können wir das papier die bücher noch nicht zaubern eine produktion kommt zum erliegen und wir verkaufen natürlich die bücher Indigo 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 Bilder her woher müssen wir das bringen ja gleich nach unten gut haben wir auch das sieht sehr schön aus ihr habt das papier und das Indigo für meine abschritte das ist eine große nora die ihr seht hier hier lieben also noch zwei kann das gleich aufnehmen was ist denn hier versteckt im logbuch steht dass die drei korsaren schiffe in dieses unwetter gerieten eine gigantische wenn er fasste eines der schiffe und schleuderte es auf eine nahe gelegene insel wo es zerschellte was reparieren madame d'artois formiert ihre flotte neu der nächste angriff steht bevor rasch bringt mir die schatulle und den schlüssel hier bringt ein zeichen es ist mir ein an so dann können wir die den aufladen dann haben wir findet das kurs an fragt am perlen die runden hier ich sollte wohl nicht mit dem klein dahin gehen das kurs an das kurs an das kurs an